Bevor es mit dem heutigen Thema losgeht, möchten wir uns an euch, die Community, wenden. Liebe täglich Bitcoin und Krypto-Community, wir nehmen euer Feedback sehr ernst. In diesem Zusammenhang haben wir die Kommentare unter unseren letzten zwei Videos gelesen und uns entschieden, euch etwas zurückgeben zu wollen. Diese Woche veröffentlichen wir für euch ab Dienstag zwei tägliche Videos, wovon eines sich mit grundlegenden Themen und das andere mit tagesaktuellen Nachrichten beschäftigt. Aus diesem Grund haben wir uns einen extra Tag der Recherche genommen, um euch diesen Bonus zu ermöglichen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir gelegentlich gesponserte Videos machen. Hier liegt uns eine Sache besonders am Herzen. Wir bewerben nichts, was wir nicht selbst getestet und für gut befunden haben. Und nun wünschen wir euch viel Spaß mit dem heutigen Video. Damit herzlich willkommen zum heutigen Video. In einem Bereich wie der Kryptosphäre ist es unglaublich wichtig, die Grundlagen der meisten Projekte zu kennen. Auch wenn man nur darauf bedacht ist, rasch Gewinne einzufahren, hilft es enorm bei der Auswahl von möglichen Projekten den Mehrwert oder das Alleinstellungsmerkmal eines Projektes zu verstehen. Das heutige Video ist für alle, die komplett neu im Thema sind und quasi eine Eintrittskarte in die Welt der Kryptowährungen. Was sind Kryptowährungen? Wie funktionieren sie? Welche Arten von Kryptos gibt es? Sind Kryptowährungen überhaupt sicher? All diese Fragen und noch mehr beantworten wir euch in diesem Video. Für alle, die Bitcoin und Kryptowährungen jetzt kaufen möchten, empfehlen wir die Börse ProBit. Sie ist besonders im asiatischen Raum, in welchem Kryptowährungen boomen, sehr bekannt. Den Link zur Anmeldung findest du unter dem Video. Der Kryptomarkt ist seit seiner Entstehung zu einer riesigen globalen Industrie herangewachsen. Unabhängig vom Grad des Wohlstands, der Bildung oder des sozialen Zustands sind Kryptowährungen ein Phänomen, das private Anleger wie institutionelle Investoren gleichermaßen begeistert. Auch wenn Kryptos in diesem Jahr immer mehr ins Auge der Mehrheitsgesellschaft gerückt sind, gibt es immer noch viele Leute, welche außer dem Namen Bitcoin und vielleicht Dogecoin wenig bis gar nichts über Kryptowährungen wissen. Ein Problem bei der Verbreitung von Kryptowährungen ist, dass das Thema auf den ersten Blick überwältigend wirken kann. Viele der Konzepte, auf denen Kryptowährungen aufbauen, sind nur äußerst kompliziert und langwierig zu erklären. Dieser Umstand macht es teilweise schwierig, Leute für die Materie zu begeistern und ihnen zu vermitteln, weshalb die Technik hinter Kryptos enormes Potenzial für die Zukunft hat. Aus diesem Grund war der Hype um Kryptowährungen und die damit verbundene Berichterstattung durch Medien dieses Jahr ein äußerst wichtiger Faktor, der zur Mainstream-Adaption beigetragen hat und es immer noch tut. Auch wenn immer mehr private Anleger sich aufgrund der finanziellen Möglichkeiten des Kryptomarktes mit dem Handel von Kryptos beschäftigen, ist die Zusammenarbeit mit Großinvestoren, Institutionen und Behörden einer der wohl wichtigsten Faktoren auf dem Siegeszug von Kryptowährungen. Präsentieren wir euch die absoluten Grundlagen und beantworten einige der meistgestellten Fragen zur Blockchain-Technologie und Kryptowährungen. Lasst uns nun unseren Fokus darauf legen, was Kryptowährungen genau sind. Grundsätzlich kann man sagen, dass Kryptos eigentlich dasselbe wie Fiat-Währungen sind, jedoch zur Gänze digital. Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat jede Banknote eine Seriennummer, welche sie genau zuortbar macht und besagt, an welchem Ort sie wann gedruckt wurde. In Theorie haben Zentralbanken eine genaue Auflistung über alle jemals gedruckten Banknoten und wo sie sich befinden bzw. in den Umlauf kamen. Diese Information wird wiederum an kleinere Banken sowie Regierungen und Behörden weitergegeben. Weiterhin besitzt jede Kredit- und Debitkarte eine Accountnummer, welche wiederum mit einer gewissen Menge an verfügbarem Geld auf dem Konto verbunden ist, von welcher man jederzeit Geldbestände abheben kann. Die Bank oder das Kreditinstitut zeichnet hierbei genau auf, wann, wo und wohin wie viel Geld abgehoben oder transferiert wurde. Diese Information wird wiederum von Banken an andere Banken und Behörden weitergeleitet. Da man bei der Eröffnung eines Kontos seine persönlichen Informationen angeben muss, sind auch diese der Bank, Zentralbank und jeweiligen Regierungen bekannt. Wenn man nun einen gewissen Betrag an Bargeld auf sein Konto einzahlt, zeichnet die Bank genau auf, welche Banknote auf welches Nummernkonto eingezahlt wurde. Genau dieser Prozess ist vergleichbar mit der Funktionsweise einer Kryptowährung wie beispielsweise Bitcoin. Hierbei stellt jeder einzelne Kryptocoin ein Zahlungsmittel mit einzigartiger Seriennummer dar, dessen Bewegungen stets aufgezeichnet werden. Der einzige Unterschied ist hierbei, dass Kryptowährungen gänzlich digital sind und kein physisches Gegenstück in der realen Welt besitzen. Ähnlich wie bei Fiat-Währungen können auch Kryptowährungen in verschiedenen, in der Größe variierenden Einheiten gehandelt werden. Während es bei Bargeld Noten verschiedener Wertigkeit sowie Münzen gibt, können auch in der digitalen Welt Fragmente eines Vermögenswerts gehandelt werden. Im Falle von Euro gibt es eine Vielzahl von Scheinen und Münzen sowie die Unterteilung von einem Euro in 100 Cent. Auch Bitcoin kann eine solche Unterteilung vorweisen. Diese wird Satoshi genannt und stellt den hundertmillionsten Bruchteil eines ganzen Bitcoins dar. 100 Millionen Satoshis ergeben also einen Bitcoin. Um eine weitere Verbindung zu regulären Banknoten herzustellen, könnte man behaupten, dass die kryptische Adresse eines Wallets das digitale Äquivalent zur Kontonummer bei der Bank ist. Ähnlich wie bei unserem Vergleich von Kryptos zu Fiat-Währungen gibt es jedoch auch keine physische Karte, um Zugriff zu jenem Wallet zu bekommen, sondern es geschieht ausschließlich digital und über den Computer. Der große Unterschied bei der Eröffnung eines Girokontos und der Erstellung eines Kryptowallets ist jedoch die Angabe von persönlichen Informationen. Während ein Girokonto eindeutig einer Person zuweisbar ist, benötigt es grundsätzlich keine persönlichen Informationen zur Erstellung eines Wallets und dem Erlangen einer Wallet-Adresse. Ein weiterer Punkt, der Kryptowährungen stark von Fiat-Währungen unterscheidet, ist die Tatsache, dass Wallets und die sich darin befindenden Vermögenswerte zumeist direkt von deren Besitzern verwaltet werden. Im Gegensatz dazu tut dies bei einem klassischen Girokonto die Bank, welche als Vermittler zwischen einer Person und ihrem Geld fungiert. Dieser Umstand bringt uns zu einem der großen Vorteile von Kryptowährungen. Während Kredit- und Zahlungsinstitute sowie Banken entscheiden können, welche Transaktionen sie zulassen und wer bei ihnen ein Konto führen darf, kann der Handel und die Verwaltung von Kryptowährungen in ihrer Rohform nicht zensiert werden. Das ist deswegen so, weil statt einem zentralen Server oder dem Kontenbuch einer Bank eine Vielzahl unabhängiger Knotenpunkte die Bewegungen der Geldmittel berechnen. Zudem geschehen Transaktionen in der Kryptosphäre zumeist direkt und ohne Notwendigkeit eines Zwischenhändlers oder Vermittlers. Wir sehen also, dass Kryptowährungen grundsätzlich freier einsetzbar sind als traditionelle Girokonten und Zahlungssysteme. Gibt es also nur Vorteile? Nun ja. Ein großer Nachteil im Vergleich zu einem klassischen Girokonto ist, dass man bei Verlust seiner Daten nicht einfach eine neue Karte bestellen oder bei seiner Bank anrufen kann, sondern komplett den Zugriff auf all seine digitalen Geldmittel verliert. Da es keinerlei Zwischenhändler gibt und man seine Anlagen direkt verwaltet und Handelsbewegungen durchführt, ist man auch die einzige Person, die über die Zugangsdaten Bescheid weiß und im Zweifelsfall helfen kann. Es gilt also besondere Vorsicht bei der Aufbewahrung seiner digitalen Vermögenswerte innerhalb eines unabhängigen Wallets. Bevor es weitergeht, möchten wir dich auf unser Halloween-Special hinweisen. Bis zum 31. Oktober hast du die Möglichkeit, noch rechtzeitig auf den größten Trend der nächsten 10 Jahre aufzuspringen und dich der größten Kryptoakademie im deutschsprachigen Raum anzuschließen. Gib den Code HALLOWEEN an, um 31% des Preises verschwinden zu lassen. Ganz unter dem Motto Süßes oder Saures hast du auch die Wahl. Willst du endlich lernen, wie man richtig in Kryptowährungen investiert oder weiterhin dabei zusehen, während andere Leute mit Kryptowährungen reich werden? Den Link zur Aktion findest du unter dem Video. Wie funktionieren diese Transaktionen also? Wie bereits angesprochen werden Handelsbewegungen, also Transaktionen in der Kryptosphäre grundsätzlich nicht durch zentrale Server abgewickelt. Vielmehr setzt sich das Netzwerk, in dem diese Transaktionen stattfinden, aus einer riesigen Anzahl von Computern zusammen, welche die Informationen über jedes Ereignis verarbeiten und speichern. Diese Aufzeichnungen sind öffentlich zugänglich und bringen uns zu einer weiteren Grundphilosophie der Blockchain-Technologie, der Transparenz. Jeder kann grundsätzlich mithilfe eines Blockchain-Explorer Einsicht in die Handelsbewegungen eines Netzwerks nehmen. Hierbei sehen wir einen weiteren grundlegenden Unterschied zu herkömmlichen Bank- und Zahlungssystemen. Warum sollte man sich nun einem solchen Netzwerk anschließen und es mit seiner Rechenleistung unterstützen? Wie ihr vielleicht schon einmal gehört habt, kann man durch meinen Kryptowährungen verdienen. Meinen steht in diesem Zusammenhang für den Prozess, Transaktionen innerhalb des Netzwerks zu validieren. Dies geschieht im Normalfall durch das Lösen komplexer mathematischer Fragestellungen. Da das Ergebnis bei allen Teilnehmern innerhalb des Netzwerks gleich sein muss, sind Transaktionen abgesichert und das Netzwerk an jeder Stelle ident und sicher. Das Validieren von Transaktionen ist aber oftmals mit großem Energieaufwand verbunden. Miner erhalten deswegen hierbei Belohnungen in Form der jeweiligen Kryptowährung, was ein Hauptbeweggrund der meisten Miner darstellt. Der Aspekt, dass das Netzwerk aus einer Großzahl an unabhängigen Teilnehmern besteht, stellt wiederum einen weiteren Grundstein von Blockchain-Technologie dar – der Dezentralisierung. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, zeigt dies auch den Unterschied zwischen wirklichen Kryptowährungen und digitalen Versionen von Fiat-Währungen, Stichwort digitale Zentralbank-Währungen. Nach dieser kurzen Übersicht über die grundlegenden Infos zu Kryptowährungen und Blockchain-Technologie wollen wir uns der Frage widmen, was für verschiedene Arten von Kryptos existieren. Die meisten Leute haben im Jahr 2021 von Bitcoin, Dogecoin oder vielleicht sogar von Ethereum gehört. Fakt ist, dass es eine riesige Anzahl verschiedenster Kryptowährungen gibt, ähnlich wie beinahe jedes Land der Welt eine eigene Fiat-Währung vorweisen kann. Der Unterschied zu Fiat-Währungen ist jedoch, dass Kryptos eine Vielzahl von Anwendungsfällen haben und nicht immer lediglich als Zahlungsmittel dienen. Dieser Umstand ist wiederum ein Grund, weshalb es häufig schwierig wirkt, den Kryptosektor wirklich zu verstehen. Beinahe jedes Kryptoprojekt weist hierbei seinen eigenen Coin vor. Zusätzlich ist der Anwendungsbereich dieser Token auch in den meisten Fällen verschieden und dient einem besonderen Zweck. Außerdem unterscheiden sich die den Kryptos zugrunde liegenden Netzwerke auch noch sehr stark voneinander. Obwohl die Begriffe Coin und Token oftmals als Synonym benutzt werden, gibt es in der Theorie einen Unterschied. Coins sind Währungen, die zu einem speziellen Netzwerk bzw. einer Blockchain gehören und mit ihnen aufgebaut wurden. Token sind deutlich simpler und basieren auf der Blockchain anderer Projekte wie beispielsweise Ethereum. Token sind hierbei ein äußerst flexibles Instrument, das für eine Vielzahl an Aufgaben zur Anwendung kommt. Das populärste Beispiel ist hierbei wahrscheinlich der nicht fungible Token oder auch NFT. Kurz gefasst handelt es sich hierbei um eindeutig zuweisbare Besitzurkunden über gewisse digitale Vermögenswerte, welche wiederum in der Blockchain fixiert werden. Ein weiteres Beispiel für Token wären Stablecoins wie zum Beispiel USDC. Stablecoins sind Kryptowährungen, die sich grundsätzlich an echte Vermögenswerte wie einer Fiat-Währung anlehnen und deren Wert widerspiegeln. Während es eine Vielzahl von vielversprechenden Projekten gibt, ist es an dieser Stelle auch zu erwähnen, dass aufgrund der simplen Natur der Erstellung eines Tokens auch sehr viele betrügerische Scams gibt. Bevor man in ein Projekt investiert, sollte man aus diesem Grund stets zuerst Recherchen anstellen und sich über die jeweilige Krypto informieren. Der letzte angesprochene Punkt, Scammer, bringt uns zu unserem nächsten Thema. Sind Kryptowährungen sicher oder nicht? Viele Leute erwähnen hierbei sofort das Darknet und berufen sich darauf, dass Kryptos wie Bitcoin zum Kauf von illegalen Waren und der Finanzierung von kriminellen Aktivitäten genutzt wird. Die Antwort auf diese Frage ist jedenfalls komplexer als vielleicht gedacht. Es kommt hier sehr darauf an, über welches Netzwerk man sich unterhält. Während manche Projekte besonders Wert auf Sicherheit legen, haben andere eine besonders hohe Transaktionsgeschwindigkeit im Fokus. Grundsätzlich kann man sich jedoch auf die vorhin erwähnte Funktionsweise berufen. Dezentrale Blockchain-Netzwerke werden von einer Vielzahl an Computern gesichert, welche alle an der Validierung von Transaktionen arbeiten und zum selben Ergebnis gelangen müssen. Man kann also nicht einfach einen Computer oder Server hacken und sofort Daten ändern, stehlen oder sich in sonstiger Weise bereichern. Weiterhin ist zu sagen, dass die meisten Kryptowährungen, die sich über die Jahre etabliert haben, bereits zahlreiche Angriffe hinter sich haben und es dennoch bisher geschafft haben, ihren Betrieb fortzusetzen. Ein zusätzlicher Aspekt ist, dass für eine wahrliche Übernahme eines dezentralen Netzwerks es nötig wäre, mehr als 50 Prozent der Computer, die an der Validierung beteiligt sind, gleichzeitig zu übernehmen. Das mag bei einem äußerst kleinen Netzwerk durchaus möglich sein, stellt jedoch ein beinahe unmögliches Unterfangen bei einem globalen Netzwerk an etlichen unabhängigen Computern dar. Im Falle von Bitcoin handelt es sich hierbei um eine Zahl in Millionenhöhe. Eine Grauzone bieten hierbei Kryptobörsen, welche sich zwar der dezentralen Marktökonomie bedienen, aber dennoch zentralisierte Server aufweisen, die durchaus Opfer von Hackangriffen werden können. Während es auch hier eher unwahrscheinlich ist, bei der Benutzung des Servers eines etablierten Anbieters zum Opfer einer Hackattacke zu werden, ist es grundsätzlich immer zu empfehlen, größere Mengen an Kryptos oder auch Langzeitanlagen auf einem sogenannten Cold Wallet zu parken. Cold Wallets stellen hierbei Hardware wie USB-Sticks dar, die digitale Vermögensbestände in Form von verschlüsselten Codes aufbewahren. Auch wenn es wohl nichts gibt, das zu 100% sicher ist, hat sich diese Art der Aufbewahrung als Standard für größere Bestände unter Kryptohaltern etabliert. Generell ist es nur empfehlenswert, seine Kryptowährungen auf einem Börsenwallet zu halten, wenn man plant, mit ihnen zu handeln oder sie in Geld umwandeln will. Ein letzter Punkt, den wir zum Thema Sicherheit und Privatsphäre ansprechen wollen, ist, dass Bitcoin-Transaktionen, wie bereits erwähnt, grundsätzlich öffentlich einsehbar sind. Diese Tatsache sollte dem schlechten Ruf von Bitcoin als Währung der Verbrecher ein wenig entgegenwirken. Was gibt Kryptowährungen nun eigentlich ihren Wert? Sind es nicht nur Zeilen Cold in einem Computernetzwerk? Den meisten sollte bekannt sein, dass Fiat-Währungen nicht frei von Fehlern sind. Wie wir bereits in vergangenen Videos berichtet haben, kommt der Wert von Fiat-Währungen wie dem Euro oder dem Dollar von dem Vertrauen in die Länder und Regierungen, die sie ausschütten. Während dieses Vertrauen rückläufig ist, spielt auch die Geldpolitik, welche durch Zentralbanken ausgeführt wird, eine Rolle in der Wertentwicklung klassischer Währungen. Das intensive Gelddrucken in Krisenzeiten hat in den letzten Jahrzehnten eindeutig inflationäre Entwicklungen mit sich gebracht, welche dafür verantwortlich sind, dass Geld zunehmend an Wert verliert. Hierbei bieten Kryptowährungen eine Abhilfe. Kryptowährungen erhalten ihren Wert durch Anwendungsfälle. Ähnlich wie Facebook oder Google nicht nur Websites sind, sondern ein Netzwerk aus Services und Dienstleistungen, bieten auch Kryptowährungen mehr als nur Kursgewinne. Ein Paradebeispiel für den Mehrwert eines Kryptoprojektes ist Vitalik Buterans Ethereum, welches sich in den letzten Jahren an der Spitze des dezentralen Finanzsektors etabliert hat. Weiterhin beherbergt das Ethereum-Ökosystem eine Vielzahl an Projekten aller möglicher Branchen, wie auch den größten NFT-Marktplatz der Kryptosphäre OpenSea. Manche Kryptowährungen werden zum Aufzeichnen von Lieferketten benutzt, manche dienen exklusiv als Wertaufbewahrungsmittel. Bitcoin als Beispiel eines Wertaufbewahrungsmittels hat in diesem Zusammenhang einen grundsätzlich deflationären Charakter. Etwa alle vier Jahre halbiert sich hierbei die Belohnung, welche an Bitcoin-Miner ausgeschüttet wird, wodurch sich das relative Angebot von Bitcoin auf dem Markt verengt und somit der Preis steigt. Obwohl es den Fokus unseres heutigen Videos übersteigt, ist in diesem Zusammenhang das Stock-to-Flow-Modell von Bitcoin zu erwähnen, welches sich genau mit jener relativen Knappheit beschäftigt. Der Wert von Bitcoin hat zusätzlich einen besonderen Stellenwert für den Kryptomarkt. Die meisten Projekte innerhalb der Kryptosphäre sind stark mit der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung korreliert und bewegen sich somit im Einklang mit Bitcoin. Ein Blick auf CoinMarketCap zeigt uns auch, warum das so ist. Bitcoin macht mit fast 1,2 Billionen US-Dollar, also 1200 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, beinahe die Hälfte des gesamten Kryptomarktes aus. Grundsätzlich gilt die Währung als eine Art Stimmungsbarometer. Geht es Bitcoin also gut, steigt im Normalfall der gesamte Markt mit. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass obwohl Bitcoin die größte Kryptowährung ist, sie zunehmend an Bedeutung verliert. Das heißt nicht, dass Bitcoin einfach verschwinden wird, aber es ist dennoch eindeutig erkennbar, dass mit dem Wachstum von dezentralen Finanzanwendungen und anderen auf Smart Contracts basierenden Produkten der Fokus zunehmend von Bitcoin auf andere Projekte wandert, wenn auch nur langsam. Smart Contracts sind Programme, die bei Erfüllung von im Vorfeld bestimmten Bedingungen automatisch eine Kette von Prozessen durchführen und somit Handelsbewegungen ohne die Notwendigkeit von Mittelsmännern ermöglicht. Abschließend widmen wir uns noch der Frage, welche Kryptowährungen man nun als Anfänger kaufen sollte. Grundsätzlich ist das eine Frage, die man sich nur selbst beantworten kann. Jeder Anleger hat ein anderes Risikoprofil und hat andere Motivationsgründe, um sich am Kryptomarkt zu beteiligen. Wenn man nach einer langfristigen Anlage gesucht, sollte man sich auf etablierte Projekte mit einem hohen Mehrwert konzentrieren. Hierbei bieten sich die meisten Top-10-Kryptowährungen an wie Bitcoin, Ethereum und Cardano. Ist man auf der Suche nach schnellen, aber riskanten Profiten, ist man wahrscheinlich eher bei kleineren, jüngeren Projekten gut aufgehoben, welche im Normalfall größeren Schwankungen unterliegen, aber auch schnelleres Entwicklungspotenzial haben als die großen Projekte. Generell ist es immer empfehlenswert, sich mit dem Hintergrund und der Funktionsweise eines Projekts zu beschäftigen. Auch wenn es manchmal langwierig scheint, sich in ein Projekt einzulesen, ist es insbesondere für langfristige Investitionen vorteilhaft zu wissen, worin man sein Geld investiert. Zu guter Letzt wollen wir Anfängern davon abraten, mit zu viel Geld ihre ersten Handelsbewegungen durchzuführen. Kein Meister ist vom Himmel gefallen und so sollte man auch im Bereich des Kryptotradings zuerst klein anfangen und sich in kleineren Schritten an gewagtere Investitionen herantasten. Nicht vergessen, es ist noch nicht zu spät, um mit Kryptowährungen die finanzielle Freiheit zu erreichen. Alles, was du dazu brauchst, zeigen wir dir in der täglich Bitcoin und Krypto Akademie. Mit dem Code Halloween sparst du 31%. Den Link zur Aktion findest du unter dem Video. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Wer wir sind? Karl Hudertz, vielen bekannt als Carlos, sowie Tobias Reisner und Valentin Unger. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, dann schaut unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Wir halten fest. Unser heutiger Beitrag ging insbesondere an komplette Anfänger, welche sich noch nie mit dem Begriff der Kryptowährungen auseinandergesetzt haben. Wir haben euch grundsätzlich erklärt, was Kryptowährungen sind, wie sie funktionieren und was ihre Vor- und Nachteile sind. Weiterhin haben wir kurz das Thema der Sicherheit und Privatsphäre angeschnitten und euch gezeigt, wie sich der Wert von Kryptos im Normalfall zusammensetzt. Abschließend haben wir die Frage beantwortet, in welche Kryptowährungen man als kompletter Anfänger investieren sollte und wie man sich hierbei am besten verhält. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann schreibt uns doch einen Kommentar. ZDOW 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 ZDOW